So, herzlich willkommen zur ersten richtigen, also etwas längeren Folge. Na ja, wir werden auch noch mal gucken, wie lang die wird, aber eigentlich auch noch relativ kurz, aber die werden halt jetzt schon länger. Mal gucken. Müschen, würde ich mal sagen, Doom 2, Vanilla, Meck 3. Okay. So, nehme ich jetzt die blaue Rüstung auf? Eigentlich nicht, oder? Nee. Boah. Alter. Dachte schon, der kriegt mich jetzt hier. Das wäre peinlich gewesen. So, da haben wir mal... Oh, my, 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 my. Jetzt kommt der erste schwierigere Part. So, der erste Schatz gerade schon mal weg. Sehr schön. So, da haben wir schon... laf so auch... Hier fliegen Medizinbälle. Was ist los, werdet ihr denn? Arschloch. Kilo. Möhe was das passt? Allo? Easy peasy Okay, ähm, genau So, ich merke das hier erstmal soweit nicht, außerdem noch ein bisschen Munition, die können wir aber erstmal, obwohl, nehm ich gleich mal mit, wobei die Schrotflinste brauchen wir nicht, die ist ja bereits voll, gut, dann gehen wir mal direkt, ähm, leck mich, spinne ich halt auch hier, easy peasy, hallo, kommt immer bitte her, die müssen helfen, du solltest nicht weiterlaufen, ach, leck mich halt, dein Arsch, ne? Ne? Alles auf jetzt! Jetzt gehst du da hinten rein? Ich muss mal Ruhe anbauen. So, easy! Easy, easy, ganz easy. So, dann klatschen wir hier nochmal das Ding. Dankeschön. Schön, Munition. Äh, hier ist keine mehr. So, jetzt müssen wir nur irgendwie versuchen, da reinzukommen. Ich meine, mit springen wäre es ganz einfach, aber ich versuche es halt erstmal Vanilla. Das ist doch schonmal falsch. Oder nicht gut. Geht doch. So, dankeschön, dankeschön, dankeschön. Perfekt. Okay, na dann, ab ins Ziel. Ähm, los. War ja ganz unterhaltsam. So, ein Monster kommt noch. Und dann haben wir es eigentlich schon hinter uns. So. Fülle noch ein bisschen Munition, das sehe ich gerade. Ach komm, auf die fünf geschissen. Ja, und jetzt kommt eins von den Level, oder eins der ersten Level, die ich hasse. So viele Shotgun gleich am Anfang, das ist böse. Aber gut, wir haben selber eine Shotgun. Äh, Quatsch. Nein. So viele Minigarn am Anfang und wir haben selber eine Minigarn. So. Mach das Ganze. Auch Sinn, aber so ist es richtig. Okay. Egal. Schau mit vor.